Hallo ihr Lieben, ich lese heute ein Buch vor, das heißt die Schule der magischen Tiere. Das wurde geschrieben von Margaret Auer und ja, dann lese ich euch heute das erste Kapitel vor. Viel Glück! Löcher, 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 die Straßen des Afrikas hatten das wirklich in sich. Schon wieder rumpelte der alte bunte Omnibus über ein Schlagloch und eine Staubwolke, die Wolke wirbelte hoch, als der Wagen den Weg zum Nationalpark einschlug. Mortimer Mausen, der Mann, der hinter den Steuer fluchte, hoffentlich würde sich die mühsame Reise auch lohnen, gab es doch in dem Park Flusspferde, Meerkatzen und jede Menge andere Tiere. Er warf einen Blick in den Rückspiegel, auf die leeren Sitze hinter sich, bald würde er nicht mehr allein sein. Ein Prospekt lag ausgebreitet auf dem Pfeifahrersitz, denn... Den Nationalpark stand da, durfte man nur mit Führer betreten. Park, krummelte er. Mir hat noch niemand den Weg zu meinen magischen Tieren versperrt. Um magische Tiere einzusammeln, musste man allein sein. Mitten in der Nacht machte er sich auf den Weg. Sein Omnibus hatte er neben einem Bambuswäldchen abgestellt. Mortimer Mausen hatte keine Angst vor den Parkwächtern und auch nicht vor der Dunkelheit. Im Gegenteil, die Rufe der Tiere zogen ihn immer tiefer in den Busch hinein. Nice. Also das war jetzt die erste Seite von dem Buch und halt, wenn ihr euch das besorgen wollt, in der Bücherei oder so, oder halt, oder eben kaufen wollt. Und halt, ich finde das Buch auf jeden Fall schon spannend, weil das ist bloß das zweite Kapitel. Gibt's da noch mehr von? Es gibt nämlich sieben Teile, nee, sogar acht Teile. Acht Teile gibt es. Diese Bücher gibt es von den Spielen zu den Spielen. Es gibt ein Rätselbuch dazu, zu den zweiten. Das habe ich von Andrea gekriegt. Also erstmal sind hier alle drauf, die mitspielen. Dann gibt es da noch einen kleinen Affen. Dieses magische Tier mag ich am liebsten. Tiger. Hast du schon eingetragen, ja? Ja. Und du findest das Buch sehr interessant, oder? Ja. Okay, schön. Das war es jetzt von mir, die Schule der magischen Tiere. Und wenn ihr noch mehr Bücher von mir, wenn ich das leser angucken, also angucken wollt als Video, dann könnt ihr das gerne machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Yeah. Super. Vorfüge und vor Tschüssi. Yeah. Tschüss.